zu viel oder zu hohe steuern minus 1000 damit 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 steuern sind jetzt etwas hoch hier rundstückspreis ist hier niedrig das kann ich nicht verstehen hier ist er doch eigentlich mittel rundstückspreis steigt aber auch langsam also muss irgendwas ausmachen das ist schon aus das ist noch an das ist schon aus 850 megawatt eigenschaften brauchen wir den zweiten den brauchen wir nicht okay im moment geht das so noch 512 das ist richtig mist schule aus über nacht 1600 wieder gespart das ist eigentlich egal ich habe ja eh keine industrie das kann ich auf elf lassen beziehungsweise das hier ist nicht ganz so wichtig wie die menschen die menschen menschen sind mir natürlich sehr wichtig wir brauchen einwohner wir brauchen leute die hier unsere stadt wieder hochziehen und natürlich brauchen wir auch hier bald ich weiß noch gar nicht wie ich das gebiet hier weiter führen will also bautechnisch gesehen ne kurz mal grundstückspreis hier sehen wir ja 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 ok also das sieht doch schon ganz gut aus jetzt ist hier ja ja gewerbe sollte eigentlich kommen gewerbe baut sich auf sehr schön das müssen die leute noch irgendwie fröhlich kriegen und glücklich bildung nein natürlich ist bildung wichtig in dem zusammenhang und bei denen brauchen wir vielleicht dann noch nicht das bus depot vielleicht machen wir dann noch mal diese stellen erst mal wieder runter shuttle busse aus und wir machen steuern weiter runter so elf prozent geht so ist jetzt minus 1000 die leute sind hier unzufrieden weil steine sind zu hoch wir gehen gut das sollte jetzt langsam wieder besser werden jetzt wollen die natürlich am besten auch noch irgendwie ein park haben wo haben wir den denn am besten hin dass wir später davon auch viel haben so ein bisschen was für die fröhlichkeit zu tun minus 2300 puh 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 20.000 ach es wird ausgebaut ok ausgebaut 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 aber ich kann noch einen kredit nehmen aber kein hunderter kann ich eigentlich wieder könnte sogar noch ok oh 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 an dem ok an dieser stelle erst mal wieder den kredit angenommen sehr schön 2300 ok jetzt kommen hoffentlich die leute rein jup 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 die low wealth die können zwölf prozent ab ist das ah ne hier können die alle zwölf prozent ab hier elf und hier zehn zwölf elf zehn so und uns geht es sehr gut wunderbar ich würde gerne bald die schule wieder aufmachen sehr gut aus die leute kommen wieder müssen nur noch stein reinkommen sind die stein etwas zu hoch mittlere für die mittlere machen wir das mal wir wollen vielleicht mal leute reinkriegen muss ich das mal ein bisschen runter machen so auf sechs damit freuen die sich holen wir die leute mal rein so es gibt tolle läden zum shoppen wunderbar tolle läden zum shoppen und wir schauen uns hier das debakel mal an was ist das problem zufrieden ist auf dem weg nach hause also 40.000 einwohner 92.000 haben wir noch bauen und bauen und bauen die wollen wohl hier hin oder wie schaut das aus ok jetzt haben wir gerade einen richtig dicken stau wow sind da umzugswagen bei nein taxis also im moment ist es gerade furchtbar ich weiß nicht weiß nicht das 21 23 uhr keine ahnung ich kann die zahl leider nicht lesen weil meine fps anzeige da ist hier ähm sieht schlimm aus 28.000 äh wieso 28 hier wird ausgebaut ok hier wird ausgebaut hier wird ausgebaut weil wir die leute anziehen gucken wir uns mal das an äh wohngebiete geht die zufriedenheit runter hier geht es gut uns gefallen die hohen steuern nicht das ist achso das untere hohe steuern steuern immer noch mehr wir brauchen arbeit es ärgert mich dass die steuern so hoch waren ok aber der ärger geht ja weg wir brauchen arbeit also arbeit gibt es hier hier und hier und hier und hier ups also hier gibt es jede menge arbeit warum es da keine arbeit gibt weiß ich nicht so äh industrie wird wahrscheinlich verlangt industrie können sie theoretisch auch kriegen die luftverschmutzung geht in diese richtung wir setzen hier mal industrie hin oder ja setzen wir da einfach mal hin so ein bisschen industrie ok so nächster tag hier die leute freuen sich sehr schön zufriedene menschen äh was ist dein problem zu hohe steuern ok das heißt zwölf prozent ist nicht gut eigentlich hätte ich gedacht dass zwölf prozent und noch ok wären machen wir elf prozent aber äh bauen wir auch mal weg schön wäre es wenn das ding sich hier mal irgendwie ohne unterricht ja ja ok ausweiten könnte ok jetzt an dieser stelle bringen wir die schule wieder rein minus 3000 alles klar ähm ist voll ausgebaut wir brauchen aber für die bildung natürlich nochmal die haltestellen einmal geguckt und geschaut wo haben wir die haltestellen die haben wir hier 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 jawoll da braucht eigentlich nicht hinzugehen oder doch aber das ist wohngebiet ja hier braucht er nicht hier braucht er am besten wäre auf dieser seite so holen wir uns mal kurz den hier alter schwede also verkehr ist hier optimal nein also hier ist kein problem mit dem verkehr aber wir haben ja auch alter schwede minus 4000 hier wird aber auch gebaut sehr gut gebaut 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 kommen die leute obere dichte sehr schön das sieht man hier ja wir haben hier auch noch kein zugang zur bildung ergo er kommt vielleicht von hier so rum so rum so dann vielleicht hier hier so und gewendet und hier so zack gut jetzt wird es wieder knapp wir brauchen die nächste spritze ob wir es noch hinkriegen es ist eine ganz krasse rettungsaktion hier unseres gebiets taxis taxi 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 alter schwede wir kriegen nicht wirklich viel hin untere wenn ich jetzt hier ganz runter gehe auf 10% 5000 die stunde ist schwierig und es ist einfach zack hier nochmal bam 7000 was sind die größten fresser die transportmittel tatsächlich gesundheit 1800 strom wasser echt super günstig spezialisierung bringt uns auch noch ein bisschen rein und wir haben hier endlich ein hotel pension sehr schön hier nehmen leider keins ok epic fail halte stellen ja transportmittel natürlich jetzt hier mal geguckt halte stellen haben wir hier hier überall und die fahren natürlich alle hintereinander es ist so schlau es ist so schlau warum die sich nicht aufteilen echt schlimm na gut weiter geschaut 6000 34.000 Einwohner braucht natürlich jetzt hier am besten die nächste Dichtestufe die nächste Dichtestufe ne und das hier alleine schafft das nicht das hier alleine schafft das nicht das kostet 320 am Tag deswegen setzen wir hier mal ein paar kleinere hin ähm 80 am Tag ähm 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 frage nur wie setzen wir das am andern äh so ein bisschen hin äh so ein bisschen hin Könnte ich irgendwie Steuerung gedrückt halten oder Shift oder so? So, jetzt haben wir 8, 16, 24. Noch ein bisschen können wir. Okay. So, jetzt erstmal weiterlaufen. Okay, da wird schon mal ausgedingst. 5.000, okay. Die bezahlen jetzt natürlich weniger Steuern, ne? Denke ich mir mal. So, jetzt haben wir die Steuern gehoben auf 9%. Ich denke, wir könnten sogar 10, 11, hier eigentlich auch 11. Hier machen wir 12. Und zack. Okay, wir sterben einfach mal mehr. Es ist total schrecklich. Wir brauchen Arbeit. Und hier gibt es eigentlich so viele Verletzte. So, wir arbeiten jetzt da dran. 3.600. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.